So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe es ihm Frank ja versprochen, er hat gefragt, ob ich mal wieder Go Battle League zocken kann, ob ich mal wieder ein Video darüber machen kann, er sieht das so gerne und momentan ist ja die Super Liga in Pokémon GO, in der Go Battle League, ich habe bisher wie immer noch keinen einzigsten Kampf gemacht, will mal gucken, wie das heute ausschaut und ich habe mir heute auch wieder ein neues Team zusammengestellt. Diesmal bin ich nicht in Tierlisten und habe geguckt, wer ist Tier 1 und dann tust du aus drei verschiedenen Tier 1 Pogis deine Liste zusammenstellen und ich weiß, dass ich nicht weiß, welche sich gut ergänzen, außerdem wechselt das ja eh immer zu, Barry Kardax ist glaube ich jetzt von Tier 2 auf Tier 1 aufgestiegen. Ich habe jetzt was anderes gefunden und zwar von pogefans.net, die haben Listen, wer gut im Lead ist, wer gut im Close-Up ist, wer gut in the Middle ist, ne? Und hier habe ich gesehen, im Lead auf Platz 1 ist Mantax, das Kyogre für Arme mit Blubberblubstrahl und Eisstrahl, das habe ich mir jetzt mal reingebastelt, ich habe noch nie mit Mantax gekämpft, dann sehen wir im Abschluss, Closers, ne? Die sind gut für das Ende, ein Krypto Elevoltech mit Donnerschock, Eishieb und Stromstoß. Das Problem ist, ich habe natürlich Frustration auf meinem Elevoltech, weil ich das eigentlich nie verändere, sowas. Jetzt habe ich meinen 600er Elevoltech auf 1400 noch was hochgepusht, er hat jetzt Donnerschock und Stromstoß, auf Eishieb müssen wir leider verzichten, aber Mantax hat ja eine Eisattacke. Und als Zwischendings, was haben wir noch, hier, wo steht's? Switch-Ins nennen die sich, ne? Sandwich. Haben wir Dioxys und Dioxys habe ich ja eh schon mit SSS versehen und für die Superliga mal eingesetzt, habe jetzt nur die Attacken geändert. Jetzt hat er also Condap, Seashub und Steinhage. Das einfach nur mal so, habe ich mir jetzt hier rausgewühlt, boah, jetzt hat sich die App wieder aufgehangen und fängt von 9 an. Diesmal geht es nicht nach den Tierlisten, diesmal geht es nach Close, Up, Switch, In und Lead. Und wir probieren es mal so, ich habe es mir in der Reihenfolge jetzt auch direkt zusammengestellt, mal gucken, ob ich damit jetzt Erfolg habe. Normalerweise habe ich immer die Tierlisten genommen, da war natürlich auch Azumarill ganz vorne dabei. Ihr seht das ja hier, wenn ich mal SSS eingebe, laut den Tierlisten war die ganze Zeit Dioxys, Azumarill und Altaria am Start. Jetzt habe ich überall Staub ausgegeben, habe die gepusht, habe überall eine zweite Attacke hinzugefügt. Ihr seht, man schmeißt immerzu sinnlos den Staub raus. Und dann bei der nächsten Liga nehmen wir eh wieder ganz andere. Ihr seht auch hier, die letzte Stufe, längste Serie war 14, 126.000 Staub verdient, 131 Kämpfe, 71 Siege. Momentan Stufe 1, 0 Siege, 0 Kämpfe, 0 Serie, 0 Staub verdient. Deswegen wollen wir jetzt mal mit denen durchstarten. Bin ich mal gespannt. Super Liga, Team steht, wie gesagt, Mantax, Dioxys und Ele Voltec bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ich hätte am liebsten natürlich mal das Irokex oder so genommen, mit Steigerungshieb am Anfang. Oder eben mein Gabriel Lucario mit Steigerungshieb, um die Schilde rauszulocken. Ganz früh, als ich noch gar keine Ahnung hatte, habe ich immer die Beldra genommen und habe damit Schilde rausgelockt. Das ging eigentlich sehr gut. Ich weiß nicht, wieso man nicht mehr danach geht, was einem Spaß macht und was gut ging. Wieso man sich nach irgendwelchen unsinnigen Listen im Internet richtet, die sagen, was angeblich gut sein soll. Wir probieren es jetzt aber mal. Gucken mal, wie weit wir kommen. Entweder machen wir wieder, bis ich den ersten Kampf verliere. Oder wir machen wieder so eine Stunde. Oder wir machen so, keine Ahnung was. Wir probieren jetzt einfach mal mantags. Ich hoffe, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Mantags im Lied und er hat Feuer. Sehr effektiv, das passt. Er wechselt nicht. Das passt sogar noch besser. Jetzt machen wir mal Blubstrahl. Blubstrahl ist auf jeden Fall schneller voll als Eisstrahl. Damit können wir also auch Schilder rausloggen. Müsst ungefähr jetzt gleich, äh... Sein Angriff sinkt. Na, das passt. Wir überraschen ihn. Nein! Jetzt wollte ich sagen, wir überraschen ihn mal und machen jetzt einfach Eis. Weil er sagt sich bestimmt, boah, das ist ja Wasser. Das brauche ich nicht abwehren. Das ist eh nicht effektiv. Und mit Eis hätten wir jetzt voll getroffen. Aber gut, er hat trotzdem wieder abgewehrt. Also egal. Wir lassen es jetzt mal gehen auf Eis, weil er hat kein Schild mehr. Wir müssten das theoretisch noch überleben. Machen jetzt Eis. Eis müsste für ihn trotzdem gefährlich sein, oder? Wenn ihr eure Blumen draußen im Garten stehen lasst und es ist kalt, knallt es natürlich rein. Sehr effektiv. Wir haben immer noch alle Schilder. So, bei Relaxo sieht es jetzt schlecht aus. Da wüsste ich auch gar nicht. Doch, die Ochse ist mit... Die Ochse hat Konda, oder? Die Ochse ist Konda. Das passt auf jeden Fall. Hätte ich mir lieber die... Angriff Singt. Angriff Singt ist sehr cool. Also ich nehme... Ah, der ist aufgegeben. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Angriff Singt ist auf jeden Fall sehr cool. Also Blubstrahl macht mächtig was her. Hat schon gut funktioniert. Warum gibt der jetzt auf? Gerade wäre es doch interessant geworden. Ich hätte mir die Attacke aber aufheben sollen. Blubstrahl nicht machen. Und direkt auf die Ochses wechseln. Mit Kampf gegen Relaxo. Wäre auf jeden Fall auch gut gekommen. Bis jetzt macht er es mantags, aber... Erfüllt seinen Dienst, ne? So. Da wäre auch Kampf ganz gut. Aber... Wir machen eigentlich recht guten Schaden. Machen auf jeden Fall mehr Schaden als er. Und jetzt sinkt auch noch sein Angriff. Also macht er noch weniger Schaden. Das sieht also auch gut aus. Da braucht man auch gar keine Typeffektivität oder sonst was. Gegnerische Attacke. Wir wehren es mal ab. Das Mantags ist mir gerade zu wichtig vorne drin. Na, das war sehr gut. Er kommt hier nämlich an mit Donner. Wenn wir es so weitermachen, vielleicht haben wir es... Ne, komm, ich mach nochmal fix die Attacke. Das ist mir so unsicher. Vielleicht wäre es gegangen, wenn wir weiter draufhauen, dass der weg ist und ich zwei Blubstrahls für den nächsten hab. Er hat sogar sein Schild dafür noch rausgeschmissen. Was ist mit ihm nicht richtig? Ich glaube, ich muss meins aber auch rausschmeißen. Gut, er hat alles richtig gemacht. Super. Wenigstens hat er mein zweites Schild auch noch rausgelockt. Und jetzt könnten wir sogar auf Eis gehen, glaube ich. Kommt drauf an, was er jetzt einsetzt. Er hat Garados. Wir gehen mal auf Eis, ne. Vorhin haben wir die Pflanze vereist. Jetzt vereist man das Wasser. Eis ist gut gegen alles. Eis vereist Feuer. Eis vereist sonst was. Nein, ich glaube, das trifft. Erstmal, ganz günstig. Komm, wir machen noch einen Blubstrahl hinterher, weil der gerade voll ist, um seinen Angriff zu schwächen. Und vielleicht macht es ja trotzdem ein bisschen Schaden. Ja. Sein Angriff sinkt. Und vielleicht schaffen wir sogar nochmal Blubstrahl. Das sah wieder aus, als hätte ich den Blubstrahl nicht gebraucht, denn er wäre so umgefallen. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, denn ich habe immer noch zwei volle und er hat nur noch einen. Also ich bin mir sicher, dass das noch gut verläuft für mich. Und ein Galoppa am Ende. Also das ist ja jetzt richtig mies für ihn. Denn wir hauen drauf und es fällt um. So sieht es aus. Jetzt sagen wieder alle, ja ist ja klar, wenn du jetzt erst spielst. Es ist der 6.8. Da sind vorne eh nur noch Bots drin. Da sind keine richtigen Spieler mehr. Aber Manntags. Manntags erfüllt seinen Zweck. Manntags. Ich bin positiv überrascht. Lied. Superliga auf Platz 1. Gerne. Nehme ich gerne mit. Und weiter geht's. Ja, Siegesserie 2. Ich bin so brutal. Wie gesagt, mein höchstes war 14. Ich weiß nicht, ob wir 14 wieder schaffen. Ich glaube es eigentlich nicht. Wenn irgendwas kommt, wo ich keine Ahnung habe, mache ich eh Fehler. Ich habe eben auch schon 50 Fehler gemacht, die dir nicht aufgefallen sind. Also die andere anders gemacht hätten. Mit dem Wechseln. Ich wechsle eigentlich so gut wie nie. Das ist ja zum Beispiel das größte Problem. So, komm, wir tun mal wieder deinen Angriff senken. Ich glaube sogar, Steigerungshieb ist jetzt nicht deutlich besser als das. Steigerungshieb tut zwar meinen Angriff stärken, aber Blubstrahl senkt wenigstens den vom Gegner. Nehmen wir mal Schild, ne? Mir ist das egal. Selbst wenn wir uns beide gegenseitig immer unser Schild rausloggen, ist es halt so. Wir nehmen jetzt sogar mal Eis, weil das jetzt auch voll war. Mal gucken, vielleicht lässt er es jetzt durchgehen. Ja, er lässt es durchgehen. Er hat bestimmt mit Blubstrahl gerechnet, ist weg vom Fenster. Oder er hat es absichtlich gemacht, das kann auch sein. Hier müssen wir auch mal den Angriff schwächen. Wenn ich jetzt ein Dioxys reinholen würde mit Konda, müsste das glaube ich auch gute Chancen gegen das... Angriff sinkt. Jetzt macht es noch eine Attacke. Wir lassen die Attacke mal durchgehen. Das Dioxys müsste eigentlich... Schmarotzer... Oder wir machen, bis seine Attacke voll ist, wechseln jetzt aufs Dioxys. Und Dioxys müsste sehr effektiv sein. Dioxys hält eigentlich was aus. Wir nehmen trotzdem unser Schild. Wäre nämlich rot genau, das hätte fett getroffen. Er wechselt aber. Er hat immer noch einen. Psyschub. Nehmen wir halt hier, nehmen wir Psyschub und machen den drauf. Da kann ich wieder nicht wischen. Das sieht wieder aus wie sonst was. Jetzt nützt mir aber auch das Elevoltec am Ende nichts. Er hat hier auch abgewehrt. Aber wir haben ja immer noch Konda. Und Konda haut ja trotzdem rein. Komm, wir machen nochmal einen Psyschub auf das. Was? Vor allem wische ich in die falsche Richtung. Ich gehe im Uhrzeigersinn und es fliegt gegen den Uhrzeigersinn. So. Mein Angriff sinkt. Das ist natürlich nicht so schön. Und ich habe keine Schilde mehr. Wenn jetzt aber das Mandax reinkommt, kann das ihm einfach noch eins drauf geben. Das ist tot. Das ist nicht schlimm. Dann kommt Mandax eben zurück. Mandax macht ihn hoffentlich fertig. Mandax hat immer noch... Macht mal Eisstrahl. Los, Mandax. Mandax macht Eisstrahl. So muss es sein. Das sieht gut aus. Und ich habe immer noch meinen Elevoltec. Zack. War nicht so krass. Aber nimmt man trotzdem mal mit. Vielleicht schaffe ich noch einen Blubstrahl. Mache ich auch. Also Mandax. Schweren kann man sich da eher weniger. Sag ich mal. Blubstrahl eingesetzt. Macht noch ein bisschen Schaden. Senkt nochmal Angriff. Obwohl das natürlich jetzt auch dumm ist. Er füllt seinen Move auf. Und wenn ich reinkomme, haut er den auf mich drauf. Ich hoffe, meine zwei ersten Moves knallen ihn weg. Er hat es sich natürlich aufgehoben. Ich hätte eher wechseln sollen und einfach bei ihm die Hälfte. Und, 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 und. Er macht es natürlich nochmal. Ich dürfe es aber gerade so überleben. Hoffe ich. Überlebe es bitte. Ja, ein bisschen habe ich noch. Komm, greif einmal an. Ja. Wunderbar. Das ist können. So machen das die Profis. Bis auf die letzte Sekunde. Oh, Mann. Drei Stück auf jeden Fall. Gucken. Ich habe sogar, ich brauche die 200 Kämpfe immer noch in der Superliga. Irgendeine war, glaube ich, voll. Ich glaube, die Meisterliga war voll. Oder die Hyperliga. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Superliga. Habe ich ja immer verpasst in letzter Zeit. Immer wenn Superliga war, habe ich gesagt, boah, ich muss mal aufnehmen. Eine Stunde. Ich muss mal aufnehmen. Und dann, wenn ich aufnehmen wollte, war es schon wieder vorbei. So, was haben wir hier? Sehr effektiv. Sehr schön. Wechselst du? Er wechselt. Er geht auf Sengo. Da wäre jetzt auch wieder die Oxys gut am Start, sage ich mal. Mit, mit Angriff. Sein Angriff sinkt auch erst mal. Ich will trotzdem schauen, dass ich noch ein Schild rauslocke. Lassen wir seins durch. Ich kenne seine Attacken nicht, Mann. Das sind Pokémon, mit denen habe ich mich nie befasst. Nachthieb. Wäre nicht mal so schlimm gewesen. Dann hauen wir hier nochmal drauf. Beziehungsweise, wenn das jetzt tot wäre, dann bräuchte ich eigentlich auch keinen Deoxys mit, äh, Konda. Weil dann ist es ja eh schon tot. So, wir lassen es jetzt einmal durchgehen. Wir gehen mal auf Nummer... Wir gehen nicht auf Nummer sicher. Wir gehen... Wir sind mal... Wir sind ganz dreist. Wir lassen es einfach mal... Das zieht gar nichts ab. Also, das war nix. Das war sehr schön. Er hat noch ein Schild. Ich habe noch ein Schild. Er holt Hariyama. Wir probieren es mal mit Eis. Eis ist ja wahrscheinlich die stärkere Attacke. Aber er wehrt bestimmt wieder ab, oder? Wehrt er ab? Oder sagt er, er ist stark und groß. Er muss nicht abwehren. Er wehrt ab, okay. Ey, wie lange das dauert? Ich habe schon 20 Mal auf den Button gedrückt. Und das macht einfach nichts. Wenigstens wird sein Angriff geschwächt. Ich wehre wieder nicht ab. Ich lasse ihn einfach mal durch. Entweder überlebe ich es oder ich bin tot. Aber auf jeden Fall habe ich dann noch ein Schild mitgenommen. Ich überlebe es sogar. Und vielleicht schaffen wir noch ein Eisstrahl. Eisstrahl passt, okay. Macht er den weg? Ich bin gespannt. War nur großartig. Hat trotzdem funktioniert. Er holt nochmal die Sonne. Wir sind wieder sehr effektiv. Wir schaffen sogar nochmal den Blubstrahl. Und im Endeffekt ist die Oxys effektiv gegen die Sonne. Also machen wir was? Wir sind effektiv. Wir holen trotzdem die Oxys mal rein. Machen den Rest. Ey, komm, das wäre ich ab. Ja. Ich habe nicht umsonst mein Schild aufgehoben. Wärme ab. Steinhage wäre auf jeden Fall nicht so schlimm. Aber wir knallen drauf. Zack, zack, zack. Da brauchen wir auch keinen Move mehr machen. Fertig. Sehr schöne Sache. Vier von fünf auf jeden Fall. Was gibt es eigentlich als Preise? Nichts. Haben sie die Star da jetzt wieder rein? Haben sie die Star da wieder raus? Interessant wird es eh erst in den höheren Gefielten. Aber im Prinzip das Einzige, was ich wirklich brauche oder möchte, ist das Restler Pikachu. Aber das gibt es erst auf Stufe 10. Und Stufe 10 habe ich noch nicht gesehen. Ich komme nie Stufe 10. Ich bin, bewege mich immer. Das ist auch cool. Der will doch verlieren, oder? Schwache Verbindung. Tod. Ey. Jetzt kommen sie wieder und sagen, ja, das sind die Bots, ne? Das sind die Bots. Der Ramses, der Cheater, der kämpft immer nur gegen die Bots. Da müssen wir nicht mal eine Attacke einsetzen, so. Lassen wir das einfach so durchgehen. Easy going. Fünf Sieger auf einmal. Jetzt kann ich ein Screen machen, kann angeben. Yeah. Fünf Stück in der Superliga. Guckt mich an, wie gut ich bin. Dann fragen sie, welcher Rang? Rang 1. Dann nimmt einen keiner mehr ernst. Nehmen wir Staub mit. Nehmen wir hier eine TM. Wir nehmen hier. Wir nehmen da hinten. Ich will das Pokémon als allerletztes, weil das ist immer die Überraschung schlechthin. Ach so, stimmt. Taubos gibt es ja. Taubos fangen wir gleich mal hier mit gelber Beere für die Bonbons. Bruder, wo fliegst du denn hin? Hey, der wäre fast gewesen. Jetzt ergreift an und wir ziehen runter, wir ziehen hoch und er fliegt wieder runter. Es ist übrigens jetzt 12.26 Uhr. Ich glaube 13 Uhr kriege ich Besuch. Die Mama war nämlich wieder beim Yoga und kommt dann immer vorbei und schaut nach dem Rechten. Also nach dem Adi. Und die platzt bestimmt dann in die Aufnahme rein, aber ich habe es wieder mal nicht geschafft, vorher irgendwie hier was zu machen. Boah, das Ding nervt übelst. Jetzt lass dich doch mal fangen, oder? Ich wollte vorhin auch übrigens einen schönen Hintergrund zur Go-Baddle League raussuchen. Extra für die Super-Liga. Aber ich habe nur Mist gefunden, deswegen habe ich das gelassen und habe jetzt einfach nur so ein Standardteil hin. Joa, schlechte IV, ne? Nimmt man auch gerne mit. Holen uns noch hier die Rangbelohnung ab. Ja, Rang 1, Rang 2. Yeah, wir sind so krass. Jetzt geht es gleich weiter mit unserem Lieder. Mantax der Lieder. Ich sollte den doch Kyogre nennen einfach. Kyogre und dann immer vorne rein. Da weiß ich, dass das Kyogre Mantax das ist, was den Lied anführt und heftig ist. Lasst euch da mal nicht irritieren. Oh mein Gott. Ein fliegender Marshmallow. Jetzt bin ich gespannt. Was macht es? Es macht auf jeden Fall mehr Schaden als wir. Toll. Und dann greift es. Ne, ich bin eher dran. Sehr schön. Tun wir mal seinen Angriff schwächen. Vielleicht verschafft uns das ja einen kleinen Vorteil. Sein Angriff singen. Wir sind nicht sehr effektiv. Nehmen auch mal hier den. Hat er den jetzt durchgehen lassen? Ja, oder? Das ist auch nicht effektiv. Wenn er den eh durchgehen lässt und sich sagt, dass ich nur Mist mache, kann ich ja jetzt auch mal mit dem Eisstrahl draufhauen. Der dürfte auf jeden Fall mehr abziehen. Ich hoffe, er lässt den jetzt auch wieder durch, weil er sich sagt, oh, der kann ja nichts. Einfach fabelhaft. Und. Ha. Damit hat er nicht gerechnet. Schon ist er weg. Da kann er so viel in der Luft rumfliegen, wie er will. Jetzt machen wir es mal geschickt. Ha, Junge. Ich bin extra auf Wechseln gegangen. Ich wollte die Ochsis reinholen. Die Ochsis macht kaputt. So, komm, die Ochsis. Jetzt hat er schon wieder sein Ding voll. Schmarotzer. Ja, dann rotz halt durch die Gegend und ist auch noch effektiv. Dafür haue ich mal so drauf. Und dafür macht man mal einen Psy-Schub. Alter, ich hasse dieses. Bei Psycho hasse ich das wirklich mit dem Minispiel. Ich sehe aber trotzdem, dass das nicht viel bringt, weil der haut meinen Die Ochsis einfach um und das war's. Geh weg, Die Ochsis. Du kannst mir nichts. Ich glaube, das war die dümmste Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Aber egal. Oh, daneben, Mann. Ich will doch. Wenigstens sind seine Schilde fort. Ich bin auch fort. Wollen wir mal das? Wir probieren mal das Elevoltec aus. Mal gucken, was das kann. Hm. Ich sehe schon, Nachtara gibt mir ordentlich auf die Mütze. Ich glaube, Nachtara ist auch im Tier 1. Das sieht richtig kacke aus. Das macht ja kaum was. Ich hätte ja mit Frustration kämpfen können, aber Frustration braucht so lange zum Aufladen. Also, das bringt auch nichts. Ich habe wenigstens noch zwei volle Attacken, die mir beide wohl nichts nützen. Bin sehr effektiv mit Stromstoß. Ich dachte eigentlich, Feuer ist effektiv gegen Stahl. Warum auch immer jetzt... Elektro-effektiv ist, keine Ahnung. Ach so, ist Typ Flug. Das heißt, Feuer ist gegen Stahl und Elektro gegen Flug, natürlich. Benjamin, ich sehe dich schon in die Kommentare schreiben. Habe ich selber gemerkt. Alles gut. Das war auf jeden Fall knapp. Obwohl ich ja noch zwei fette Ladattacken übrig hatte beim Montags. Aber das mit dem Wechseln. Ihr denkt immer, wir wechseln jetzt taktisch. Und es wechselt aber nicht. Und dann haut es auf das Pokémon, was schon längst ausgewechselt werden sollte, noch was drauf. Und das bringt alles in Verzug. Das müsste auch sehr effektiv sein. Genau. Ich glaube, der hat keinen Bock. Ne, wir machen Eisstrahl. Komm. Er denkt jetzt eh begreifend mit Wasser an. Weil wir sind ein Mantags. Und deswegen machen wir den Eisstrahl. Falls er ihn doch abwehrt. Er wehrt ihn nicht ab. Hehehehe. Er wehrt ihn nicht ab. Er ist zwar effektiv gegen mich. Aber ich werde trotzdem versuchen, ihm ein Schild rauszulocken. Vielleicht lockt er, äh, lässt er es auch sein. Weil er sieht, dass er eh kaum noch Energie hat. Ansonsten können wir ein. Siehst du, er schildet nicht. Aber er ist trotzdem tot. Trotz Blubstrahl. Dragoran. Okay. Das fliegt. Wollen wir jetzt. Komm, wir machen es. Wir holen jetzt das Elevoltec rein. Weil wir sind ja Elektro. Wir sind ja theoretisch effektiv gegen ihn. Oh, Stromstoß lädt auch schnell auf, wollte ich sagen. Aber das ist natürlich doof. Er hat noch zwei Schilde. Sonst hätte man schön Stromstoß draufgeballert und ihn weggehauen. Aber so kann es sein, dass wir schon in der Ecke liegen und er immer noch hat. Steinhagel wäre auch gut gewesen vom Dioxys. Wäre ab, genau, wäre ab. Und dann wärst du den anderen auch noch ab. Und dann, alter, wie haut der denn rauf? Ist der geisteskrank oder was? Damit habe ich nicht gerechnet. Und Stromstoß? Wieder abgewährt. Hui, das ist aber schön. Er hat wenigstens keine Schilde mehr. Warum ist ein Dragoran so mächtig? Lass mich in Ruhe. Aber bis das Steinzeug voll ist, ist doch Psi voll, oder? Gehe ich auf Nummer sicher? Ich gehe auf Nummer sicher. Weil das eher voll war. Nehme ich das. Aber ich hasse das. Es ist nur gut. Das heißt, es macht kaum Schaden. Aber egal. Wir haben jetzt noch das Pupita. Sehr effektiv, sehr effektiv. Psycho wieder voll. Wenigstens großartig, ne? Ei, das hat nicht viel gemacht. Jetzt sinkt noch mein Angriff. Komm, komm, komm. Scheide. Er hat mich mit seinem blöden Pupita besiegt. Wo gibt es denn sowas? Das Dragoran war zu mächtig. Was hätte ich machen sollen? Ich dachte, okay, wir nehmen Elevoltaic gegen Dragoran. Aber, hä, hä. Er hat ja noch zwei Schilde gehabt. Das war schon wieder taktisch der größte Fail, den man machen konnte. Einfach ein Schild, äh, gegen zwei geschildertes Dragoran noch einen Elevoltaic holen, was eh rumknört und von ihm mächtig geplättet wird. Also, hätte ich lieber mantags drin gelassen. Und mantags hat seinen Job gemacht. Aber mantags war tot. Das war also jetzt eine Fünfer-Serie und danach nichts. Wow, neuer Rekord, glaube ich. Hier, da würde ich auch gern schon wieder Elevoltaic holen. Aber das bringt ja nichts. Das braucht er so lange mit seinen Attacken. Also hört ruhig mal drauf. Guckt nicht, was effektiv ist und was für Typen ihr braucht. Verlasst euch drauf, dass mantags vorne Schilde rauslockt. Und solange mantags mehr Schaden macht als der Gegner, könnt ihr euch auch erstmal zur Ruhe setzen. Natürlich macht der Gegner mehr Schaden als mantags. Aber egal. Wir haben wenigstens zweimal unseren Blubstrahl gemacht. Hat jetzt wirklich beide Schilde schon weg? Ja. Okay. Sehr schön. Dann können wir ja eins von uns machen und nochmal Eis draufknallen. Wenn ich kein Rad mehr weiß, nehme ich immer Eis. Und dann war es das. So, komm, hier gibt es Eis. Weil es so schön warm ist draußen. So Abkühlung. Das viele hektische Rumgeflatter muss ja mächtig auf die Nerven gehen. Also gönnt ihr ein Eis. Wir haben auch noch ein Schild. Und er holt einen Porrenta. Machen wir auch mal einen Blubstrahl. Damit er es nicht mit seinem Lauch zuhaut. Das tut nämlich weh. Das peitscht einen richtig aus. So. Angriff sinkt. Porrenta stinkt. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Komm, lass mal durchgehen. Genau. Du hast eh keine Schilde mehr. Das heißt, wir holen die Oxys. Und er ist auch noch sehr effektiv gegen uns. Oh. Ich glaube, das bringt mir alles nichts. Lass uns nochmal durchgehen. Wir nehmen das einfach mit bis zum Letzten. Wir haben unser Schild noch. Wir haben unsere zwei Attacken. Jetzt kommt es drauf an. Was hat er? Steinhagel, Psy-Schub. Psy-Schub müsste jetzt gut sein. Aber Psy-Schub. Ich treffe das nicht. Das ist für mich das... ...schlimmste Minispiel, was es gibt, wie gesagt. Wir können es sogar gleich nochmal machen. Hier, jetzt aber. Ich habe da noch nie einfach fabelhaft geschafft. Ich bin zu dumm dafür. Ich weiß nicht. So. Wie sieht euer Team aus für die Superliga? Was nehmt ihr so? Das gleiche werde ich am Ende nochmal fragen. Und vielleicht können wir die 200 voll machen. Ne, ich glaube, das dauert zu lange. Tun. Ich kenne nur Doom. Mit The Rock. Beziehungsweise ist es ja eigentlich ein Spiel gewesen immer. Und The Rock hat dann gedacht, boah, mache ich einen Film draus? Kann ich meine Nippel zeigen? Sichlor! Sichlor müsst ihr auch verbrennen, ja. Ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn wir Sichlor jetzt gießen. Aber wir machen gut Schaden. Warum auch immer. Cast the lift. Erstmal Angriff senken. Erstmal ihm im Glauben lassen, dass wir ein reiner Wassertyp sind. Bevor wir dann mit einem... Er wehrt jetzt schon ab. Okay. Wenn er jetzt schon abwehrt. Meinetwegen. Dann kriegt er halt nochmal hier. Dann wehrt er halt gleich nochmal ab. Oder jetzt denkt er, ach, es war nur Wasser. Brauche ich nicht abwehren. Und wenn ich zum dritten komme, kann ich ja dann immer noch Eis machen. Ne, er wehrt wieder ab. Digga, was ist los mit ihm? Dann wehrt er halt auch mal ab. Damit er nicht so alleine dasteht in seiner Abwehrerei. Komm, ich trau mich nicht an Eis. Ich mach das jetzt mit Wasser. Weil wenn der mir zu Wasser abwehrt, dann würde er ja was gegen Wasser haben. Obwohl es ein Wassertier ist, eine Krabbe. Aber trotzdem, zack, sehr effektiv. Weil er hat ja einen Stein hinten auf dem Rücken. Also, Pokémon. Komm, schnapp sie dir. Digga, ich wollte noch den Blubstrahl machen. Was nehmen wir jetzt? Doch, die Ochses, ja? Das mal wieder mit Psycho alles verkacken. Wir lassen es mal durch. Die Ochses ist ja ein fetter Brummer. Der wird sich schon nicht von einem kleinen Wasserdüse... Der wird sich schon nicht von so einem kleinen Haufen Elend hier besiegen lassen. Jetzt hat der auch noch seine Attacke. Gut, dann wärmen wir die halt ab. Und setzen Steinhagel ein. Das hätte sogar getroffen. Sehr schön. Ey, du drückst wieder 50 mal 50 Dosen. Wie bei Flair. Du drückst 50 mal und es macht einfach nichts. Hier Steinhagel. Zack, sehr effektiv. Zum Glück haben wir es nicht am Barmelin ausgelassen. Am Bojelin, meine ich. Komm, wir üben nochmal hier Psycho. Hey, Rekord. Rekotzt. Wunderbar. Vergesst einfach, dass ich zwischendurch einmal verloren habe. Konzentriert euch. Ja, Herr Polizist. Mir gehen immer so viele komische Sachen durch den Kopf. Egal. Vor allem, wer guckt sich sowas eine Stunde an? Ich sehe ja zum Glück immer, wie lange ich filme. 30 Minuten steht auf dem Tacho. Das heißt, bis 10 nach, dann wäre die Stunde voll. Er hat Eis. Und gibt einen Scheiß auf uns. Wir. Wir blubbern weiter vor uns hin. Der lässt das auch bestimmt durch, oder? Weil er hat eh nichts zu befürchten. Er wehrt trotzdem ab. Gut, Angriff wird geschwächt. Vielleicht schaffen wir ja den Zweiten auch noch, bevor wir tot sind. Das wäre wenigstens sein... Ja, komm, einen müssen wir abwehren, wenigstens. Ein Schild nehme ich mit. Und zwei von ihm weg. Für was anderes ist das Montags ja nicht gut. Schnell, manntags! Rette mich! Bliblablubb. Das mit der 3-Sekunden-Regel habe ich übrigens immer noch nicht gerafft. Also... Nicht wundern, wenn ich irgendwas mache. Außer das, was man machen sollte. Hey Ramses, du hast es schon wieder angegriffen. Du musst erst bis 3 zählen und dann angreifen. Ja, aber wenn ich dann schon tot bin, nützt mir das ja auch nichts, oder? Deswegen lieber nicht warten und lieber nicht angreifen. Jetzt hat der Frechdachs natürlich seine Schilde mitgenommen. Naja, aber egal. Wir sollen ja den Switch-In nehmen. Und der Switch-In, der haut jetzt hier drauf. Und den Switch-In, den wollen wir überleben lassen. Und mit vollgefüllten Attacken dann auf den letzten gehen. Psycho-Schock? Toll! Das hätte ich ja durchgehen lassen können. Vielleicht macht er ja nochmal Psycho-Schock. Ich versuche einfach nur meine Attacken aufzuladen. Für den nächsten. Vor allem, beide haben noch zwei. Und er setzt ein... Ein... Magmar. Gehen wir mal mit dem Steinhagel drauf, ne? Aha. Aha. Fuh. Hi. Ha. Ha. Einfach fabelhaft. Zack! Magmar. In die Enge getrieben. Wir haben eine schöne Auswahl an Attacken, ne? Also Stein und... Keine Ahnung, was man da nimmt. Nehmen wir trotzdem wieder Stein, weil das treffe ich wenigstens. Und das knallt rein. Mhm. Und Stein braucht auch länger zum Auffüllen. Okay. Und da noch einen Psi-Schub hinterher. Siehst du, Ramses? Jetzt hättest du warten können bis drei zählen und dann einen Psi-Schub. Dann wäre Steinhagel auch schon wieder voll, ja? Mhm. Okay. Wer redet da überhaupt mit mir? Keine Ahnung. Er macht Attacke. Wir haben kein Schutzschild. Sind wir tot? Ich sag ja. Erdbeben. Ja. Aber wir haben noch Rolf. Und Rolf macht den Abschluss, hoffe ich. Los, Rolf! Stromstoß! Ich heiße Rolf. Ich heiße Rolf. Ich mach alles kaputt. Ja, wahrscheinlich hat er mit dem Elternhaus angefangen. Deswegen stinkt er jetzt so und hat so eine Duftwolke um sich rum. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gleich umnennen. Keogro und Wolf. Ich brauch nur noch was für Deoxys. Deo-Schiss. Jeder hat einen Namen. Und wir haben wenigstens wieder die Pokémon-Belohnung mitgenommen mit deinem Matsch. Ollo. Kann ich fliehen? Können wir hier einfach fabelhaften Wurf machen? Zack. Ungefähr so. Achso, tägliche Forschung. Heute müsst ihr keinen Raid gewinnen. Heute müsst ihr einen fabelhaften Wurf treffen. Macht dazu am besten einen Raid. Ihr müsst den Raid nicht. Doch, ihr müsst den Raid gewinnen, sonst könnt ihr das Vieh nicht fangen danach. Und wir haben ein Nichtschlecht. Wir haben ein Nichtschlecht. Das ist auch cool. Nehmt mal gerne mit ein Nichtschlecht. Rang 3. Hm. Das vorhin, das war ein Bot. Den haben sie eingebaut, damit es schwieriger erscheint. Ich habe gegen den Bot verloren. Alles andere war ein richtiges Spiel. Aber gegen den Bot habe ich verloren. Der sollte mir zeigen, dass das gar nicht so leicht ist, wie es aussieht. Los, Montags. Was? Der hat auch Strom. Jetzt hat er auch noch, wie schnell legt er denn sein Ding? Das sind die Cheater. Die Cheater sind die, die immer vorne, ähm, 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 Melmetal reinnehmen. Und dann glänzt es auch noch so blöd, ne? Also. So, wär ab, genau Wär einfach ab Ist das Beste, was du machen kannst Es tut mir leid, aber ich muss meine Schilde jetzt verbrauchen Jeder normale Mensch hätte bestimmt mantags ausgewechselt Weil das unterliegt Aber Ich will ja seine Schilde rausloggen Das ist wichtig bei ihm Dann kann ich ja immer noch mit Dioxys und Conda draufknallen Los Dioxys, Conda, mach kaputt Ich hätte schon Ich hätte schon Psy-Schub machen können Warum auch immer Steinhagel Interessiert mich nicht Mach mal weiter fröhlich Steinhagel Interessiert mich nicht Steinhagel Super Er hat nur eine Attacke, ja Da wirst du nicht weit kommen Jetzt hast du nämlich keine Schutzschilde mehr, Bruder Aber ich habe Azumarill Scheiße Jetzt bräuchte ich eigentlich doch Das Ele-Voltek Wenigstens Aber ich kann nicht mehr wechseln Wir müssen also noch ein bisschen durchhalten Gegen das Hässliche Und wir haben nicht durchgehalten Wir haben nicht mal unsere Attacken gemacht Was ist los, Mann? Warum habe ich die Attacken nicht gemacht? Mach mal was Vernünftiges hier Lass mich in Ruhe Nein Ich habe doch schon gedrückt Und es hat nichts gemacht Kein Problem Wir haben ja jetzt unser Ele-Voltek So Und er kommt natürlich wieder vor uns dran Ich habe dich lieb Toll Ich glaube, das mag keine Liebe Ach komisch Jetzt komme ich einmal kurz links hin Denke, ach ne Ich mache so Eisstrahl Und das reagiert sofort Bei den anderen drückst du 20 Mal Und das macht natürlich nichts Da juckt mir schon die Nase immer zu, Mann Weil das so unfair ist Gegnerische Attacke Das ist Tradition Auf Rang 2 muss man erstmal das erste Match verlieren Auf Rang 3 muss man auch erstmal das erste Match verlieren Das ist, anders hat das gar keinen Sinn Weil man brauchte eh nur vier Ne, man brauchte nur drei Man brauchte nur drei Siege für die Pokémon-Belohnung Was anderes interessiert mich ja nicht Okay, er ist tot Toni tot Isch Eisstrahl Ich werde nie erfahren, was dein letztes Pokémon war Und ich hab's verkackt Ich hätte einfach mal zwischendurch meine Moves Einfach alle rauspulvern sollen Anstatt zu denken, man spart sich was auf für den Tod Weil wenn man tot ist, kann man ja eh nichts mehr machen Ey Beim ersten Mal sehe ich noch einen, als ich verloren habe Der Gegner war einfach besser Beim zweiten Mal würde ich sogar behaupten Ich hab einfach nur Schwachsinn gemacht Und deswegen Abgesehen davon, dass der Gegner trotzdem Richtig krasser Dude ist, ne La 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 Einfach fabelhaft Och man, das ist schon wieder so ein Typ Der einfach nicht schildert Ja Ja Das heißt, beim zweiten Mal Ich hätte auch nicht Schilden brauchen Das heißt, beim zweiten Mal Mache ich jetzt einfach Eisstrahl Wenn er denkt, er ist so cool Dann zeige ich ihm, wie wirklich cool es aussieht In gefrorener Form So, und jetzt Huah Damit hast du nicht gerechnet Wenn er jetzt dasselbe nochmal macht Schilde ich diesmal nicht Aber vielleicht ist er ja so schlau wie ich Ich mach zwei verschiedene Und dann sitze ich am Arsch der Welt Himmelsfähiger Okay Ja, wir machen trotzdem Blubstrahl Auch wenn das nicht so viel abzieht Der Eisstrahl war zwar auch voll, aber Diesmal wäre er sogar ab Hat das jetzt noch Sinn? Nee, komm, egal Lass uns durchgehen Nehmen die Ochses Hauen zweimal drauf Machen ihn weg Bevor ich jetzt noch ein Schild Das Schild brauche ich Deswegen nehme ich das Schild lieber mit Problem ist, er hat auch noch ein Schild Und im Endeffekt setzt er das jetzt nicht ein Ja Großartig Er schildet nicht Die Sau Muss ich schilden? Ich weiß es nicht Was hat denn der für Attacken? Ich lasse es auch mal durchgehen Wir haben ja noch viel Energie Lichtkanone Okay Dann nehme ich jetzt als nächstes Steinhage Vielleicht schildet er den ja auch nicht Der ist ja noch Noch sinnloser Ja, jetzt muss ich aber schilden Und er kann auch noch schilden Schilden Aber ich hab doch extra Hab ich nicht Konter? Ich dachte wenigstens Konter knallt voll rein Aber das macht ja trotzdem kaum Schaden Ja gut, weil die Verteidigungsform Schlechte Werte hat Und kaum Angriffswert Das ergibt schon Sinn Wir sind sogar noch mal dran Aber ich glaube Jetzt schildet er, oder? Der hat bestimmt nur gerade Sein Zeugs aufgeladen Für den letzten Nee, er schildet nicht Ich verstehe nicht, was er macht Aber er hat immer noch hier was übrig Ah Er hat noch Schild übrig Komm, Elevoltik Zeig mal, was du gelernt hast In der Baumschule Den wird er schilden, ja Macht blauen Schaden Ist nicht krass Verteidigung von mir Singt Er haut drauf Ich bin tot Also Müsste ungefähr so sein Erdbeben Tschüss Zwei verloren Ich darf keinen mehr verlieren Ich brauch die Pokémon-Belohnung Das ist wichtig Davon hängt das Überleben ab Ja, egal Ich könnte ja auch einfach Alle anderen jetzt verlieren Dann passiert ja glaube ich nichts, oder? Dann darf ich die ganze Stufe Noch mal spielen Denn bevor ich die Stufe überspringe Ohne Pokémon-Belohnung Möchte ich ja Lieber die Pokémon-Belohnung haben Oh, Digger, Digger, Digger Komm, wir sind beide schlau Wir machen beide Eisstrahl Mal gucken, wer seinen zuerst hat Hehehe Ich hoffe, er ist nicht schlau Und denkt, dass ich auch nur Wasser hab Toll Ja, wenn Wenn meins nichts bei ihm ausmacht Dann macht seins doch bei mir auch nichts aus, oder? Eisstrahl Tot Ja, aber es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt Äh Der Elevoltaic reinhole, oder? Er hat ja zwei Schilde Im Endeffekt Mit einem großen Angriff kann ich eh nicht starten Bleibt mir ja trotzdem nur hier Seinen Angriff zu sinken Zu senken Vor allem macht Stromstoß meinen eigenen Angriff kaputt Boah Ich Knuddler Jetzt wollte ich sagen, wenn er nochmal Eisstrahl macht Dann überlebe ich das auch nicht Also packe ich mir lieber den Den Schild ran Jetzt hat er Knuddler gemacht Knuddler wäre gar nicht so schlimm gewesen So wie es ausschaut Komm, wir sind mal gut drauf Wir machen das jetzt hier Ich hoffe, jetzt macht er keinen Eisstrahl Ach, wir lassen es mal durchgehen Knuddler Zack Hälfte Aber grill ihn doch jetzt bitte mal mit deinen Mit deinen Charge Moves Digga Und mach mal Stromstoß jetzt hier Und jetzt wehrt er es natürlich noch ab Aber den Fisch könnte ich doch auch grillen Ne, der Fisch hat auch Boden, oder? Was ist der? Meine Nase juckt Nichts der effektiv Verteidigung Und er rotzt mich um Sehr schön Bring das was Wenn wir ihn jetzt wieder reinholen Komm Krieg's halt auch Dass dein Dass sein Angriff sinkt Gib mal dir auch noch eins mit So Jetzt wehrt er trotzdem ab Aber Hat selbst Angriff Wehrt man halt auch mal ab Ne So aus Spaß Können wir das ja mal machen Mann Wie sieht's aus? Wieder gegnerische Attacke Was macht er denn? Wo hat er die denn alle her? Die da? Alle her Komm wir machen jetzt Einen Eisstrahl Jetzt packen wir den ein Jetzt machen wir den Sack zu Bombe Und er hat Immer noch sein blödes Scheißvieh Was mir auf den Sack geht So Einmal Blubstrahl 12.54 Uhr Mama ist da Angriff sinkt Gegnerische Attacke Kein Schutzschild mehr Hallo Hallo Bist du aber heute pünktlich Sonst bringt sie nämlich immer Bratwurst mit Bratwurst ist aus Wenn ihr auch immer eure Bratwurst ausschaltet oder anschaltet Weil die so ein Knopf hat Schreibt es mal in die Kommentare Hier würde ich jetzt gerne einen Steinhagel drauf machen Da habe ich es jetzt ankommen lassen Drauf Drauf ankommen lassen Und vielleicht Packen wir das sogar noch Hä Gut ich nehme lieber einen Psy-Schub Ne Wenn ich noch dazu komme Ich überschätze das immer Ich denke mal Steinhagel ist der Boss Aber Steinhagel ist Ist der Frosch wahrscheinlich Der Frosch unter den Attacken Dann nehmen wir halt Psy-Schub Weil Schlechter kann es ja nicht sein Panzer Ehrung Oh Das ist noch schlechter Panzer Ehrung ist das Kiyurim unter den Unter den kleinen Drecksviechern Kein Schutzschild mehr Das war es wohl Drei Stück verloren Ui Habe ich überhaupt schon einen gewonnen Auf Stufe 3 Ich weiß es nicht Ich glaube aber Dadurch dass Mama jetzt da ist Und wir komplett ablosen Die ganze Zeit Würde ich nur noch Dieses Setting fertig machen Denn Mit so viel Losen Loses Dann hier raus gehen Und weitermachen Das ist ja wirklich erbärmlich Sind jetzt bei 46 Minuten Da geht es dann auch nicht eine Stunde Aber wir haben ja noch eins Hier Tropius Tropius ist wieder Pflanze Ja Der macht wieder Sachen Wir probieren einfach den Eisstrahl Am Anfang Ich weiß nicht was der hat Der hat glaube ich Schlammwoge und sonst was Oder Strauchler oder Dings Ach wir nehmen Laubklinge Wir haben es nochmal abgewehrt Wir probieren es einfach mal mit Eis Vielleicht Ist er ja gnädig Und lässt den ersten durchgehen Ne Lässt er nicht Gut Ich muss es abwehren Es geht eh jetzt um nichts mehr Keine Ahnung Es ist mir alles zu riskant Jetzt hätte ich noch Zeit sparen können Also ich hätte noch abwarten können Nicht sparen Ich hätte noch Zeit vergeuden können Sozusagen Also ich habe ja im Prinzip Zeit vergeudet Aber trotzdem Angriff sinkt Das ist gut Das macht da wieder Laubklinge Da sehe ich auch mal wie viel das überhaupt abzieht Denn es war nicht rot Obwohl ich dachte Pflanze Wasser Das wäre gar nicht so schlimm gewesen Warum habe ich den bitteschön Äh Die ganze Zeit Was ist denn Er kommt rein und hat direkt voll Ich habe Ich habe immerzu auf Eisstrahl gedrückt Und es hat nicht angegriffen Ach jetzt Ja Manntags Bist du jetzt aufgewacht Eisstrahl Hui Nimm wenigstens ein bisschen was mit Und vielleicht können wir noch eine Ein Blubstrahl hinterher machen Weil Mehr werden wir nicht schaffen Weil wir nämlich gleich am Boden liegen Machen nochmal so Senken seinen Angriff Lassen seine Attacke durch Müssen wir ja Wir haben ja eh keine Schilde mehr Schlammbombe Wir leben sogar noch Das ist doch cool oder Jetzt hätten wir fast noch einen geschafft Aber was jetzt Wir können theoretisch Unseren Homie schon reinholen Er ist halt effektiv Gegen uns Ja Greift er mit Hat er einen Quick Move Als Boden Hat er einen Boden Quick Move Ja Ich dachte ich grillte Ach der ist Der ist sicherlich gar nicht Vom Typ Äh Wasser oder Der ist nur Boden oder was Aber das ist doch ein Fisch Ich verstehe das nicht Und jetzt greift er nochmal an Und nochmal an Und nochmal an Eben Move gemacht Jetzt schon wieder Move Also Ich muss mich mal belesen Über Welser Was mit dem abgeht Irgendwas stimmt mit dem nicht Registil Ja Dann habe ich es jetzt komplett verkackt Da habe ich vorhin schon so ewig gebraucht Den down zu kriegen Also richtig schlechte Runde Das tut mir voll leid Deswegen heiße ich auch nicht Schilling Plus Sondern Ramses Minus Alles was Schilling richtig macht Macht der Ramses falsch Keine Schutzschilde Lichtkanone Ja Lichtkanone Knallt auch rein Wir sind trotzdem sehr effektiv Wir machen nochmal einen Steinhagel zum Abschluss Wir versuchen es zumindest Wir müssen nämlich wieder fünfmal draufdrücken Bevor es einmal reagiert Steinhagel Zack Nicht sehr effektiv Jetzt hau das Sein wieder drauf Das war es für uns Wir können nichts mehr machen Oh mein Gott Get down Get down Get down Get down Junge Hätte ich es mal aus Spaß anders probiert Wie gesagt Hätte ich einfach mein Team Was ich am Anfang immer so genommen habe Wir haben sogar noch eine Runde Das heißt Ich habe wirklich drei verloren Hab den vierten verloren Und jetzt kommt der fünfte Wenn ich also Glück habe Habe ich alle fünf auf Stufe drei verloren Das muss man erstmal schaffen Wieder Azumarill Ich weiß wieder nicht was ich machen soll Bleibe ich mit ihm drin Gehe ich mit ihm raus Hole ich den anderen rein Deoxys Elevoltec Ich fand das cool mit Lucario am Anfang Der hat ihm ordentlich draufgegeben Oder Libeldra oder irgendwas Wir lassen es durchgehen Egal Was nehmt ihr Wenn ihr seht Dass Azumarill als Gegner am Start ist Mit was kämpft ihr Was würdet ihr effektiv gegen Azumarill nehmen Schreibt es mal in die Kommentare Gebt mir mal Tipps Wie ich besser werden kann Was ich anders machen könnte Irgendwie habe ich immer den Äh das Gefühl Eis wäre gut Aber eigentlich Benutzt es ja Eis Und wenn es selbst Eis benutzt Eis und Wasser Theoretisch bräuchte man Pflanze Aber was von denen die ich habe Hat ein Pflanzenmove Kann Mantax ne Pflanzenattacke Überraschenderweise Kann Dioxys ne Pflanzenattacke Ich habe keine Ahnung So Eis werden wir nicht mehr schaffen Wir sind auch jetzt tot Haben nichts abgewehrt Ja macht Knudler ruhig Nö er macht Er hat noch zwei Schilde Ich habe noch zwei Schilde Ja Ich habe es überlebt Knudler Gar nicht so krass Eis Strahl Er wehrt wieder nicht ab Okay Dafür lädt er jetzt seinen Move auf Und kann den gleich bei uns einsetzen Oh die Nase Ich muss aufhören Die Nase juckt immer zu Psycho gegen Psycho Hm Ob das was bringt Wir nehmen Steinkante Und gucken mal was passiert Vielleicht wehrt er jetzt ab Ne er wehrt auch nicht ab Wir probieren trotzdem als zweites Mal Psi Schub Der lädt sogar relativ fix auf Normal denkt man auch Das Hypno Hypno ist nicht so krass Hypno kann nichts Ja Aber mein Angriff sinkt Wir werden es trotzdem mal ab Normal hätte ich es nicht abgewehrt Aber Ja was will ich sonst machen Hier Abgewehrt Okay Aber trotzdem Passiert er nicht so viel Und bevor ich nochmal Psi Schub mache Weil dann schon wieder mein Angriff sinkt Nehme ich doch lieber die Steinkante Weil ich kann es mir nicht erlauben Dass mein Angriff noch weiter geschwächt ist Er wehrt den natürlich ab Wir hauen weiter drauf Hätten fast nochmal die Steinkante hinbekommen Ich gehe trotzdem auf Nummer sicher Ich will wenigstens Einkampf gewinnen Eissieb Okay Mach weg So Jetzt nochmal Jetzt müsste es aber Er hat Oder hat er noch einen Ich habe gar nicht drauf geachtet Kann sein dass er sogar noch ein Schutzschild hat Ne hat er nicht Er hat es ganz knapp überlebt Fall bitte nieder Fall hin Er ist weg Wir können schon mal die neue Attacke aufladen Und er hat noch einen Och nein Das hat er zu machen Schon wieder Das hat er immer noch am Start Knuddler Hui Seht mich an Jetzt kriegst du aber trotzdem auch eine Steinkante drauf Mir egal Stein gegen Wasser Bitteschön Und weg damit Und er holt sein Registil Ich hasse Registil Keine Ahnung Sonst auch kein Problem Lucario drin Registil kommt Und ihr so Kaputt Ja greift doch an Nicht Kanone Nicht sehr effektiv Trotzdem Uns kaputt gemacht Stromstoß Theoretisch kann man danach gleich noch einen machen Dürfte aber nicht viel ausmachen Hä Da müssen sich doch gleich noch einen draufhauen Los Komm mal hin hier Wieso zieht Strom so viel ab Ich denke das ist Stahl Ich denke Stahl muss Feuer und nicht Strom Ey der knallt ja voll rein Willst du mich verarschen Die Zeit ist abgelaufen Hab ich jetzt gewonnen Ja Aber ich hätte ja auch so gewonnen Ich hab den ja Ich hab den ja gegrillt Ich hab den ja richtig kaputt gemacht Und guck dir das an Staub Oh mein Gott Theoretisch wäre das schon Rang 4 gewesen Oder geworden Aber Ja Das können wir jetzt getrost sein lassen Ihr seht Längste Serie 6 Achso ja Na hey Ich dachte ich hab in der zweiten Gleich Den ersten verloren Aber Wahrscheinlich nicht 10 Siege 15 Kämpfe Kann man erstmal mitmachen Für den Anfang So Wenn ihr Bock habt Auf mehr GoBedLeague Videos So wie das hier Schreibt es halt mal in die Kommentare Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt Schreibt es in die Kommentare Was ist euer Team momentan in der Superliga Schreibt es in die Kommentare Ich hoffe Der Frank hat sich gefreut Extra nur für ihn Deswegen zocke ich extra nicht die Liga Dass wenn ich sie zocke Nur im Video zocke Aber ich da immer so wenig Zeit hab Das war's Von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses